Offiziell präsentiert von IWA Outdoor Classics und unseren Partnern Beretta, Steiner, VFG Weapon Care und die Lead-Free-Hunting-Bullets von RWS. Es freut mich, dass ihr hier seid. Ihr seid auch ein österreichisches Unternehmen, relativ neu, Nine Reloaded. Vielleicht möchtest du uns kurz erzählen, worum es sich da handelt und wer du bist. Ja, super. Ich bin der Daniel, einer von drei Leuten, die Nine Reloaded gegründet haben. Wir behaupten von uns, den schnellsten und komfortabelsten Speedloader auf dem Markt entwickelt zu haben. Anfänglich war auch Glock in die Entwicklung involviert, haben sich dann aber zurückgezogen, aber haben uns super Feedback gegeben, haben jetzt ein super Produkt und haben den schnellsten Speedloader auf der Welt. Ich habe ihn ja auch schon testen dürfen, ich habe einen Prototypen für meine Beretta bekommen. Richtig. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Auf meinem YouTube-Channel gibt es zwar sogar ein Video, eins von den wenigen, denn ich bespiele meinen YouTube-Channel kaum, aber ich habe es ausprobieren dürfen, ich benutze ihn immer noch gerne. Freut mich. Jetzt möchte ich gerne auch den Zuschauern hier zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es wäre cool, wenn du es uns mal vielleicht ein bisschen demonstrieren könntest. Gerne. Also unser Speedloader ist modular aufgebaut. Wir haben da ein wechselbares Adapterstück. Je nachdem, was man auf ein Magazin schießt. Glock, Beretta, Six Sauer, Hecker Koch. Wie viele verschiedene Adapterstücke gibt es jetzt schon? Im Moment gibt es sechs. Und auch im Laufe dieses Jahres bringen wir noch weitere raus. Es kommt jetzt seiner zum Beispiel für die Beretta 92, Beretta Apex in Serie, was wir für dich als Prototyp gebaut haben. Es kommt der Hecker Koch P8, Walter P99, Glock 42X. Also nicht wirklich ständig weiter. Sehr cool. So wird es immer lässiger. Und es funktioniert ganz einfach, wenn der Adapter mal drin ist, Magazin einführen, dass es klickt. Patronen in der Schiene aufführen und dann einfach den Hebel drücken. Das waren jetzt zehn. Seitlich lösen, fertig. So einfach kann es sein. Funktioniert super easy. Und es gibt ja dann auch noch einen Aufsatz mit Trichter, soviel ich weiß. Ja, genau. Hast du den da? Habe ich da. Machen wir kurz das Magazin wieder leer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten hier sein Magazin zu beladen. Genau. Also wer lieber eine Südkutpackung entladet oder einfach round by round, führt dann einfach den Trichter hier ein, drückt den Hebel, lässt seine Reinfahren los und es beladen. Sieht so einfach aus und manche Leute sind trotzdem so furchtbar überfordert, damit ich zum Beispiel. Das heißt, die nächsten Schritte sind jetzt dann einmal die kommenden Modelle? Jetzt kommen fünf, sechs neue Adapter raus dieses Jahr. Genau. Dann wollen wir gerne eine zweite Generation bringen, die auf Large Frame Magazine fassen kann. Ach, viele Magazine? Large Frame Magazine wie Logo Alien, CCTS 2, Tanfolio Custom Limited und so weiter und so fort. Da bekommen nämlich viele Rückfragen von Sportschützen. Und dann vielleicht nächstes Jahr auch schon einmal das nächste Kaliber bringen, Punkt 40. Wird viel gefragt und ja. Also wir haben viel zu tun. Oh ja. Ja, aber es ist beliebt und gut. Kommt gut an. Wir haben mittlerweile 4.000 Sets verkauft. Uns gibt es jetzt so eineinhalb Jahre und es wächst. Wo kann ich das bekommen? Wir haben verschiedene Händler gelistet. Wolfgang von Black Trading vertrefft sich bei uns, die Fritzbrüder. Einfach mal auf unsere Homepage schauen. Da haben wir Händler gelistet. Nein. Ja, wie geht's? 9-reloaded.com Okay. 9-reloaded.com Genau. Super. Ihr schickt auf der ganzen Welt Lieferungen? Ja. Wir haben auch schon ein paar Stücke in Amerika verkauft. Sehr. Wir schicken also auf der ganzen Welt. Super. Dann sage ich vielen Dank, Daniel. Danke dir. Und ihr wisst, Low Ready Magazine ist ein Community Magazin. Das heißt, jeder kann mitmachen. Geht auf LowReadyMagazin.com, lest den Artikel auf der Frontpage und werde Teil des Teams. Deshalb erwisieren wir Einladungen. Dollar. Tada sie aufgeheDR hat und ist ein Geräusch. Außerdem schauen wir die durch so eine Suchorde!